Also, geht schon los. Shit, jetzt habe ich natürlich... Ah, verpeilt. Aber wohl, wohl. Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Hunter Classic. Heute Hirschfelden, die Mission, einen Fasan mit einem Compound-Bogen im Snakebite, genauer gesagt, zu erlegen im Flug. Mal gucken. Versuch Nummer 1. Ich habe eben schon einen Call gehabt. Mal gucken, ist der weggezogen? Ja, ich glaube, den habe ich eben schon erschreckt gehabt. Macht nichts. Wir sind ja nämlich auch gerade auf der Map vom Lebergees. Ah, da sehe ich doch was. Da läuft was. So, die gute Dame soll es werden. Mal gucken. Ich laufe jetzt nämlich auch einfach offen drauf zu. Weil sie soll ja fliegen. Mal sehen, mal sehen. Mal gucken, wie lang... So ein bisschen Schussvorbereitung. Weil, wenn die losstarten, habe ich nicht viel Zeit. Deswegen muss ich gucken. Mal kurzes Timing. Eins, zwei, drei, schussbereit. Okay, drei Sekunden, zweieinhalb maximal. Äh, minimal. Und sie guckt... Ah, sie geht schon los. Schiebt jetzt, habe ich natürlich... Ah, verpeilt. Aber wohl, wohl. Habe ich sie jetzt oder habe ich sie nicht? Ich habe es eben nicht gesehen. Ich habe nur... Okay, ich habe auf jeden Fall in die Richtung... Moment, machen wir das mal so? Hundi, habe ich was getroffen? Ja oder nein? Er findet nichts. Also, nein. Aber der Schuss war schon da. Nee, nee. Hund sagt nein. Ich habe nicht getroffen. Wäre ja auch zu schön gewesen. Direkt beim ersten Mal. Und vorhin habe ich noch groß getönt. Können. Naja. Hat nichts mit Glück zu tun. Aber da hinten soll irgendwo noch ein Männchen sein. Das Männchen callt. Und ich sehe nur ein Weibchen. Aber das ist ja auch egal. So, der zweite Versuch. Ich kirsche mich diesmal heran. Weil offen laufen, da war ich eben ein bisschen zu unvorbereitet. Mal sehen. Ja, sie würde jetzt von mir wegfliegen. Das ist einfach Fasane. Die fliegen nicht irgendwie weg, sondern meistens in die Richtung, in die sie gerade schauen. Aber schön wäre es natürlich, diese Mission mit einem Männchen zu beenden. Andererseits, bei dem Gewinn der Gems darf es auch gerne ein Weibchen sein. Ja, die rennt weg. Die soll fliegen. Fliege. Komm, fliege. Hast du keine Chance? Okay, doch. Ja. Okay, wird's. Nein. Doch. Ich hab sie! Hund! Ich hab sie! Okay. Hund! Los! Habe ich was? Ja! Ja! Ich hab sie! Haha! Zweiter Versuch. Instant. No. Okay. Jetzt für die Zuschauer nochmal Revue. Ja, geht's nicht gut. Nicht schlecht. Ja, danke. Da kommt Hundi. Und jetzt anpermitted Hit, weil ich die falschen Pfeile benutzt hab. Nein! Oh, bitte nicht. Nein, nein. Das gibt's ja nicht, Gott sei Dank. So, schön. Mitten in the bubbles geschossen. Noll. Screenshot. Hat echt nix angezeigt. Doch, doch, doch. Bei dir schon, bei mir nicht? Drück mal auf Enter. Ja, ja, okay. Okay. Sehr gut. Aber im Spiel nicht angezeigt. Ja. So, dann ja. Hier, so. Hunter Mate. Trophy shot. So, Micha, da musst du jetzt aber nachdenken. 35,7 Meter Entfernung. So, nice. Oh, ja. Mission complete. Ja, sehr schön. Geil ist das denn? Ich freu mich gerade wie so ein Honig-Buch. So, und der Hund. Hund, komm mal her. Hund, dreh dich mal hier hin. Ist schon tricky, die Mission. Ist schon nicht ohne. Ja, gut. Ich hab den Compound-Bogen schon sehr oft gespielt. Du weißt, wie das ist, wenn man dann sein... Lass uns jetzt hier los. Warum? Hühnchen, du sollst... So. Die Pose werde ich mir mal holen für Niederwild wenigstens. Ja, ja, ja. Also die in der Hand halt... Ja, man sieht den Pfeil leider nicht, aber... Moment, dann mach ich noch mal Leertaste, dann fällst du nämlich noch mal runter. Ich will die am Kopf nehmen, dass der so gut fällt. So, genau. Ja, dreh dich noch mal ein bisschen und stopp. Okay. Hast du diese Pose schon, oder? Nee, nee, ich hab keine Pose, aber du kannst ja mit der Maus anklicken und hochziehen und so mach ich das gerade. So geht das so aus, ja, stimmt. Nein! Ich hab die Leertaste gedrückt, das fällt das Vieh wieder runter. Ey, ich... Was ich schon für Stunden in dieser Ansicht verbracht hab. Ja. Ich bin Talentscheider für. Einfach klicken, annehmen. Verkaufen. So, ihr Lieben, ja, das war's. Das soll's eigentlich auch schon gewesen sein von diesem riesen spektakulären Auftritt. Die ganze Aktion hat mich jetzt nicht allzu lange gekostet. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich hierher gelaufen bin, musste erst mal einen Call abwarten, weil die Kollegen im Hintergrund ja auf Gänsejagd sind. Und da sind die Felder in der Umgebung schon mal leergeräumt. Aber gut. Schaut wieder rein. Lasst mal ein Däumchen da, vielleicht ein Abo. Ein Kommentar wäre auch super. Und schaut auch mal beim lieben Tronix rein und beim Leberkäs. Werden jetzt hier im Abspann mit verlinkt. Und auch unten in der Videobeschreibung. Wir sind im Aufbau einer Community. Macht mit, seid dabei, seid ein Teil davon. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.